Hi, ich bin Michi von Mimic Media und heute stelle ich euch die Soundman OKM2 Mikrofone für binaurale Aufnahmen vor. Ihr fragt euch vielleicht, was ist Binaural Recording eigentlich? Binaural Recording ist eine Aufnahmeart, um den Ton so realistisch wie möglich dreidimensional darstellen zu können. Genauso wie wir zwei Augen benutzen, um dreidimensional sehen zu können, benutzen wir auch zwei Ohren, wer hätte es gedacht, um dreidimensional hören zu können. Ankunftszeit, Lautstärke und Frequenzbereich des Schalls am jeweiligen Ohr spielen dabei eine entscheidende Rolle. Deswegen hat man diesen 3D-Soundeffekt von binauralen Aufnahmen auch nur, wenn man den Sound über Kopfhörer anhört. The Verge hat dazu ein sehr gutes Erklärvideo gedreht. Ich zeige euch einen kleinen Ausschnitt davon und packe euch den Link in die Videobeschreibung. So, this looks like a real ear and it actually flexes like a real ear. So, it looks kinda funny, but it actually plays an important role in the way we hear things. Before the sound gets to the microphone, it bounces around all these little surfaces and shapes sound in the same way your ear would shape sound before it reaches your ear drum. But let's get deeper into the science of binaural. The same way we use two eyes to see in 3D, we also use two ears to hear in 3D. The way we do that is arrival time, loudness, and frequency range or timbre. So, when my girlfriend's bird chirps, it arrives first in the right ear, and then a tiny fraction of a second later, it arrives in the left ear. Not only that, but it should be a little bit louder in the right side. Finally, the timbre, or distortion of that sound wave through the space, bouncing off the walls around your head, and when that sound finally arrives in each ear, the shape of the sound has changed so much, that the difference between the same sound in the left ear and the right ear can tell us where it came from. That's why things like distance between the ears, their shape, and the density of the material between them is so important. Bei binauralen Mikrofonen wird genau mit diesem Zwei-Ohr-Prinzip aufgenommen. Das heißt, beim Soundman OKM II ein Mikrofon ins linke Ohr und ein Mikrofon ins rechte Ohr. Hierzu wird ein echter Kopf zur Aufnahme verwendet, in diesem Fall meiner, daher auch der Name OKM, das steht für Originalkopf-Mikrofon. Wenn man für die Aufnahme nicht immer seinen eigenen Kopf verwenden will, gibt es auch sogenannte Dummy-Heads mit realistischen Ohrenmodellen, in denen Mikrofone eingebaut sind. Zum Beispiel der sehr teure Neumann-Dummy-Head. Ich habe eine günstige DIY-Lösung für so einen Dummy-Head. Video dazu findet ihr auf meinem Channel. Aber zurück zum Soundman OKM II. Ich habe von den Soundman OKM II die Studio Edition. Das heißt, die Mikrofone wurden vermessen und es wurde ein paar gewählt, die sich in Lautstärke und Frequenzbereich extrem ähnlich sind. Für den Anschluss an meinen Zoom F3 32-Bit-Recorder benutze ich einen separat erhältlichen XLR-Adapter. Der Frequenzbereich der OKM II geht von 20 Hertz bis 20 Kilohertz, deckt also den kompletten Hörbereich ab mit sehr geringem Self-Noise. Ich zeige euch hier mal ein Beispiel. Soundman OKM II Self-Noise Test. Ja, der große Vorteil an den OKM II ist, dass man sehr unauffällig aufnehmen kann. Man trägt die Mikrofone eigentlich wie ganz normale In-Ear Kopfhörer und ist damit komplett unauffällig unterwegs. Also wenn man irgendwo mal in der Öffentlichkeit aufnehmen will, in Cafés oder in der belebten Fußgängerzone oder so für Ambient-Sounds, sehr geeignet. Der Nachteil der OKM II ist, wenn man draußen filmt, die Windgeräusche. Ich habe für meine Aufnahmen einfach eine Mütze verwendet. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, ohne dass der Ton großartig gedämpft wurde oder so. Ich habe auch oft gelesen, dass viele das Problem haben, dass die Mikrofone beim Laufen aus dem Ohr fallen. Ich hatte das Problem allerdings nicht, denn es werden hier solche Ohrenbügel mitgeliefert, die den Mikrofonen besseren Halt geben. Vielleicht gab es diese Bügel bei den älteren Modellen nicht. Jedenfalls werden die mitgeliefert und ich habe damit einstündige Walks gemacht und das Mikrofon ist mir kein einziges Mal aus dem Ohr rausgefallen. Mein Fazit, die OKM II sind sehr gute Mikrofone, wenn man mal wieder ein bisschen unauffälliger unterwegs sein will, zum Beispiel in der Stadt oder Café oder bei sonstigen Spionageeinsätzen. Für Naturaufnahmen benutze ich mein Eigenbau-Headset mit den Primo EM272 Mikrofonen. Damit möchte ich allerdings nicht in der Öffentlichkeit rumlaufen. In Prag habe ich die OKM II Mikrofone ausgiebig getestet. Video dazu findet ihr auf meinem zweiten Kanal, European Ambience. Link in der Videodescription. Ja, das war es von meiner Seite zu den OKM II Mikrofonen für binaurale Aufnahmen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn ihr keine Fragen habt, schreibt trotzdem einen Kommentar. Das hilft für den YouTube-Algorithmus. Ihr wisst es ja. Like, comment and subscribe. Bis zum nächsten Mal. Euer Michi von Mimic Media. Michi von Mimic Media.